Ich heiße euch herzlich willkommen zum Abschluss der Deckvorstellungswoche. Jetzt haben ja einige schon spekuliert was ich am Freitag mache, ich glaube das Decker wird keiner hier erwartet haben. Und zwar werde ich mich heute beschäftigen mit dem neuen Zombie Support. Und da an vorderster Spitze natürlich der Shiranui Sage, der halt eigentlich so die Anstoßkarte ist für das ganze Deck. Dazu gibt es natürlich noch ein paar andere kleinere Supportkarten, wie zum Beispiel die Scapegoes, das ist ein Level 1 Zombie Tuner. Der ist wichtig, weil er manche Sachen, also er ermöglicht es halt im Endeffekt, wenn ihr mit Unit Zombie und irgendeinem Vierer halt auf 7 geht, könnt ihr dann, also sagen wir mal so, der Grundgedanke ist halt, man hat Unit Zombie und Goblin Zombie, geht mit den beiden auf 7 und kann dann damit den Scapegoes suchen, kann direkt mit Fairy Dragon dann die Scapegoes holen und kann auf Level 8 gehen, auf Omega, das ist der Grund warum man die spielt. Dann gibt es noch eine andere sehr interessante Karte, die Beast of the Pharaoh. Das ist eine alte Karte aus Dualist Genesis, war die glaube ich. Die sagt aus, wenn man was Synchrobeschwört und dabei diese Karte hier benutzt, die Beast of the Pharaoh, kann man einen Level 4 oder niedriger Zombie Monster vom Friedhof holen. Was spiele ich noch in dem Deck? Pot of Cupidy ist natürlich wahnsinnig stark mit Triple Omega, aus dem einfachen Grund, dass ihr dann relativ schnell Targets für den Omega bekommt, die ihr direkt wiederholen könnt. Und ihr könnt ja auch Facetown Monster mit Omega wiederholen. Des Weiteren spiele ich einen Fluffle Engine, einfach weil die Fluffle Engine mir manchmal eine zweite Normal Summon gestattet. Und weil ich vor allem die Karten diskarten kann, ist das relativ wichtig in dem Deck und diese zwei Karten ziehen mit der Kombo ist natürlich auch krass. Gut, dann eine Bulb halt, die ist halt gut. Zusammen mit Foolish, die ganzen Standardsachen. Dazu spiele ich noch eine Double Summon. Double Summon, weil ich gemerkt habe, ich habe manchmal Probleme mit einer Normalbeschwörung. Um ins Game zu kommen, ich brauche meistens zwei Level 4er, damit man auch vielleicht einfach mal am Anfang eine Minerva bauen kann, um auf einen 4 Exit zu gehen. Gut, dazu dann noch das Extra Deck. Ja, ihr seht halt vor allen Dingen Omega. Aber ich spiele auch diesen Koralldrachen wieder, weil der mir ja zusammen mit Stars Charge Dragon erlaubt, auf den Ultimaya zu gehen. Und damit kann ich ja wiederum auf Crystal Wing gehen oder ich kann halt auch direkt über den Stars Charge Warrior auf Crystal Wing gehen. Dafür hat man ja so Tuner wie den Plugsquader, den kennen ja auch viele noch von früher. Gut, dann das auf jeden Fall erstmal zur Deckliste. Der Großteil sollte ja bekannt sein von den Zombie-Karten. Wenn nicht, könntet ihr euch alle nochmal durchlesen bei Death Pro. Und dann fangen wir mal an mit ein paar Replays. Was ich vergessen habe zu erwähnen, ich habe auch noch eine andere Variante getestet. Und zwar eine Variante mit Brilliant Fusion, um eine zweite Normalbeschwörung zu bekommen. Von der war ich aber nicht so begeistert. Die Brilliant Fusion habe ich dann doch wieder rausgekickt, weil ich die Fluffle Engine einfach besser fand. Und dann fangen wir mal an. Hier ist noch ein Spiel mit der alten Engine sozusagen. Da fange ich direkt an. Brilliant Fusion, bekomme die Seraphina. Die ist halt ganz cool mit Unit Zombie, dass man direkt auf 8 kommt. Und der Trick-Clone, dass man nochmal ein extra Monster hat. Ja, dann fange ich hier halt an. Bring ihn auf 4. Bend ich 10 Karten. Leg mir was rein. Hol Omega. Durch das Biest kann ich direkt wieder Unit Zombie wiederholen. Hol den zweiten Omega. Hol mit Zucki wieder und jetzt hier auf Minerva. Kann jetzt hier nochmal millen. Hol wieder Zombie Master. Zombie Master holt mir den Shia Nui Sage. Den sein Effekt holt mir die Scape Ghosts. Ähm, ja, ich hätte jetzt noch einen Librarian-Bongen-Shopster-Bast-Battle gelassen. Und jetzt habe ich noch eine andere wichtige Karte mir reingelegt in den Friedhof. Und zwar in der alten Version mit der Brilliant Fusion habe ich noch Electromagnetic Turtle gespielt. Und die sagt einfach mal, dass man die gegnerische Battle-Face beenden darf. Ist natürlich auch eine ganz coole Karte. Kann man auch spielen, wenn man mit Brilliant Fusion spielt, aber ohne habe ich die dann rausgenommen. Gut, mein Gegner spielt mit Kosmos, aber hat dann hier direkt aufgegeben. Ich wollte halt nur mal zeigen, was so diese Startfelder sind, wie du anfangen kannst mit dem Deck. Gut, dann machen wir weiter. Ja, und hier habe ich dann schon das richtige Deck mit der Fluffle Engine. Ich darf hier wieder anfangen, bekomme direkt einen Toy-Wender. Dann bekomme ich einen Shia Nui Sage und dann sieht man, warum der so gut ist. Der ist halt ein 1-Karten-Omega im Endeffekt. Der bringt meinen Uni-Zombie auf hier und legt mir Metsuki in den Friedhof. Dann holt der sich selber wieder. Und hier kann ich jetzt noch weiter kombinieren. Ich habe jetzt noch hier zwei Metsukis, das heißt, ich kann wieder auf 7 gehen. Kann mir die Scape Ghosts suchen und kann dann halt hier die Scape Ghosts beschwören. Und gehe auf den zweiten Omega. Das heißt, ich habe erstmal zwei Omegas für den Anfang. Und kann in meinem Zug die zwei Metsukis wieder in den Friedhof packen. Ja, hier benutze ich direkt meine beiden Omegas, um so ein bisschen die Handkarten wegzunehmen. Und ich glaube, damit hat er zu wenig Karten, um irgendwie zu kombinieren. Deswegen gibt er direkt auf, weil er merkt, okay, ich kann jetzt hier krass ausrasten. Gut, dann machen wir weiter. Ja, hier habe ich die volle Fluffle Engine und das bringt halt echt viele Handkarten. Die Sache ist halt auch, man kann in dem Deck mit Plugsquader sich einen Fluffle Monster aufs Deck legen. Und kann dann erst den Tollwender benutzen. Das heißt, man bekommt sicher die zweite Normal Summelt. Das ist auch nochmal so ein Vorteil von Fluffle Engine in dem Deck. Ja, hier gehe ich jetzt über den Stars Charge Warrior und benutze meinen Goblin Zombie. Und ihr seht halt, ich kann dann halt immer schön Handkarten adden. Bekomme jetzt hier Unit Zombie das erste Mal. Bring ihn direkt auf 4. Hol wieder Goblin Zombie, gehe auf Omegas, um mir wieder einen Surge zu holen. Hol mir den nächsten Metsuki. Ja, und dann gehe ich hier nochmal auf Librarian. Kann die Bulb nochmal wiederholen. Gehe dann direkt auf Koralldrachen und baue Ultimaya. Ich habe ja noch einen Spell auf der Hand. Und lege einen Crystal Ring raus. Hol nochmal eine Minerva aus Feld. Und kann jetzt hier direkt mal einen von meinen gebändischten Metsukis nochmal zurückholen. Also das ist schon Wahnsinn, was das Feld legen kann. Die Cardians, da kenne ich mich selber noch nicht so gut aus, was die können. Auf jeden Fall, er kann das scheinbar nicht irgendwie großartig machen. Und in meinem Zug gibt er dann direkt auf, nachdem er merkt, okay, ich habe so viel Vorteil. Ich habe so ein starkes Feld aufgebaut, der kommt da nicht mehr rein. Jo, hier habe ich dann, glaube eine Hand... Ach ja genau, hier habe ich Soul Charge Starthand. Was halt auch nochmal richtig krass ist für das Deck. So, ich baue direkt eine Minerva, um nochmal ein paar Monster in Friedhof zu bekommen. Bekomme auch durch die Minerva den Toywender-Effekt und kann mir eine Fluffle-Karte suchen. Und mache dann hier direkt die Soul Charge auf 4, was halt richtig gewaltig ist. Kostet mich zwar die Hälfte meiner Life Points, aber im Endeffekt lohnt es sich auf jeden Fall für das Feld, was ich danach bauen kann. Gehe hier direkt auf Charge Warrior, bekomme die Beast of the Pharaoh wieder. Ziehe jetzt auch hier endlich einen Fluffle-Bär, das heißt ich kann jetzt auch gleich noch die Fluffle-Combo nochmal machen. Gehe auf Ultimaya, bekomme da den Draw, bekomme wieder das Beast wieder, bekomme Trishula, kann meinem Gegner eine Handkarte klauen. Und kann jetzt hier noch den Unit-Zombie holen. Habe damit Fehendrachen und kann wieder auf die Scape-Ghost gehen, hole damit einen 8er Omega. Ziehe jetzt hier nochmal zwei Karten durch die Fluffle-Engine. Und ihr seht, ich bin im ersten Zug auf 7 Deck-Karte und rufe jetzt noch Crystal-Wing, das ist mein First Turnfield. Also es ist halt wirklich wieder ein krasses Kombo-Deck, was halt darauf ausgeht, ein Feld zu legen, was der Gegner kaum brechen kann. Ja, hier das Replay ist ein bisschen verpackt, aber ich kann euch ja sagen, mein Gegner konnte dann nichts mehr machen und es war dann vorbei. Ich habe dann nächsten Zug OT-Karte. Gut, das auf jeden Fall erstmal zur ersten Variante. Ich habe da noch ein bisschen mehr vorbereitet. Und zwar gibt es noch ein paar andere Zombie-Varianten, die in letzter Zeit im OCG aufgetaucht sind. Und da möchte ich zum einen erstmal eine OCG-Variante vorstellen. Das sieht jetzt hier ein bisschen komisch aus, aber wenn ich jetzt auf die aktuelle OCG-Bandlist gehe, dann ist das alles wieder ein bisschen logischer. Und zwar spielen die gerade im OCG so eine Zombie-Variante. Ich habe da jetzt dazu leider keine Replays, weil ich jetzt niemanden hatte, der mit mir OCG-Decks spielen wollte. Und was ist das für ein Deck? Also da geht es halt eher darum, dass man die Necro-Face ausnutzt. Man hat ja im OCG dreimal den Sarkophag. Außerdem kann man noch mit anderen Karten die Necro-Face verbannen. Was gibt es da zum Beispiel? Ich glaube durch das Katana, hier kann man das machen. Ja genau, durch das Katana geht das. Und allgemein, also man versucht halt den Necro-Face zu banishen. Und hofft dann, dass man dann irgendwelche Shiranui-Karten banischt, um da irgendwelche Effekte wieder rauszubekommen. Dann kann man Port of Cupid natürlich auch in dem Deck benutzen. Und wenn man dann irgendwann seinen Necro-Face ruft, kann man natürlich auch den Deck wieder komplett recyceln. Also dann hat man noch drei Alu im OCG, dann auch mit dem Necro-Face ist er auch stark. Und vor allem gibt es noch eine ganz interessante Karte, die Fairy Tail. Und zwar sagt die aus, dass die für sieben Karten wieder zurück aufs Feld kommt und kann dann noch ein gegnerisches Monster zudecken. Und das im Spielzug beider Spieler. Das Interessante ist, die sieben Karten, die man dazu banishen muss, können von der Hand, vom Feld oder vom Friedhof kommen. Das heißt, es ist sehr flexibel. Und auf die Karte baut sich halt auch viel auf. Die ist auch cool, um gegnerische Felder zu unterrumpen, wenn der Gegner versucht, einen zu attacken. Gut, daraus, aus der Variante habe ich dann nochmal eine TCG-Variante gebaut, so ein bisschen. Und zwar hier, mit Light Sworn Engine. Ja, ist ein bisschen Spaß-Deck. Also ihr seht, ich spiele auch drei Minerva drin. Es ist nicht so pflicht, dass man drei Minervas spielt, aber man sollte schon eine haben. Dass das Deck überhaupt läuft. Und wie funktioniert das Ganze im TCG? Ich habe mich halt dazu entschieden, das auf so ein Mill-Deck umzubauen. Wo ich halt davon ausgehe, dass ich halt möglichst schnell meinen Friedhof vollmelle. Und dann halt auch wieder diese Triple-Omega-Kombo mache, um das Feld vollzukriegen. Und ich spiele auch wieder die Zombie-Engine mit dem Shiranui Sage. Die ist halt einfach zu stark, dass man einen Mitsuki reinlegt und dann direkt einen einen Karten-Omega hat. Gut, dazu habe ich auch nochmal einen Replay. Jo. Und ich spiele gegen Raid Raptor. So, ich fange glaube an. Ich habe direkt einen Terror-Top. Der Terror-Top holt mir den anderen Speed-Royd. Ich kann dann drei Millen erstmal. Goblinburg bringt mir den Sage. Der Sage holt mir Unit-Zombie. Unit-Zombie macht halt das, was er am besten kann und legt mir Mitsuki rein. Dann kommt direkt eine Minerva, um nochmal drei zu millen. Das Feld lasse ich jetzt erstmal liegen, um zu gucken, was mein Gegner macht. Der gibt mir jetzt, glaube ich, diesen ersten Force-Tricks und ich glaube, der kann jetzt mit der Rank-Up-Magic auf den Fünfer machen. Der Fünfer kann ja für ein Material mein Feld springen mit 1000 Schaden drücken. Dazu nutze ich nochmal den Minerva-Effekt, um drei Karten zu millen. Ich lasse ihn aber auch erstmal durchgehen, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist nicht so krasser Schaden. Dann kommt Terror-Top wieder und ich hole Unit-Zombie. Gehe auf Leviere, um den Mitsuki wieder zu holen. Dann kommt das erste Mal das Shia-Nui-Monster. Und ich gehe auf die nächste Minerva. Will hier den Trick klauen und habe jetzt auch langsam genug Zombies im Friedhof. Hol dann hier das nächste Mal Unit-Zombie. Leg wieder einen Mitsuki rein. Gehe auf den ersten Omega. Hol wieder Unit-Zombie. Ich kann den Unit-Zombie jetzt um eins erhöhen und rufe noch einen nächsten Omega. Und beende erst mal. Steckt mir ja so, ja gut, ich habe noch eine Shia-Nui im Friedhof. Wenn irgendwas sein sollte. Und ich kann die zwei Omegas ja eh entfernen auf den Effekt von seinem Facetime-Monster hier. Angreifen konnte ich ja nicht durch den Effekt von Unit-Zombie, weil da nur noch Zombie-Monster angreifen dürfen. Ja, ich klaue ihm direkt erstmal zwei Handkarten. In einem 500 Schaden bekomme ich den Minerva-Effekt. Und jetzt auf seine Angriffe benutze ich als erste Mal die Fairy Tail. Und ja, ich ziehe dann auch die Rotor nach, das ist ganz cool. Jetzt kann ich endlich die Solar Recharge nutzen. Was auch ganz witzig ist, ist mir im Duell aufgefallen, ich habe immer noch keine Wolves benutzt. Das wird nochmal interessant im Late-Game. Hier gehe ich jetzt wieder auf Minerva und denke mir, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt einen Wolf treffe, ist relativ hoch. Bei acht Deckkarten und drei Wolves left. Und deswegen lasse ich den einen Slot auf dem Feld frei. Ich greife an, da kommt der Minerva-Effekt und ich will nochmal zwei Wolves, weil ja nur noch zwei im Deck waren bei vier Karten. Und kann dann durch direkt das OTK drücken mit drei Omega und zwei Wolves auf dem Feld. Gut, dann hätte ich ja theoretisch nochmal die beiden Wolves zu einem Emmerer machen können und nochmal mein Deck wieder ein bisschen aufzustocken. Gut, das auf jeden Fall mal so als Einblick auf die Deckliste, so wie man das so spielt. Ist aber meiner Meinung nach dann noch mehr ein Fun-Deck als schon die andere Variante. Und, ja, Marke ist gerade, ähm, hier Dings gerade zugegangen, weil irgendwie gerade das Internet bei mir ein bisschen spinnt. Auf jeden Fall, ihr seht, ist ein ganz cooles Deck. Ich bin aber eher Fan von der ersten Variante, von dieser Fluffle-Variante und mehr so pure Zombie-Synchro-Control. Ist auf jeden Fall, fand ich, ein cooler Abschluss für die Woche. Ist auch wieder so ein richtig krasses Kombo-Wurmbodeck, was mir sehr viel Spaß macht. Ist aber eher meiner Meinung nach so ein Fun-Deck, als dass es wirklich richtig krasse Meta mithalten kann. Aber man könnte es auf jeden Fall mal anspielen. Man weiß ja auch immer noch nicht, was im TCG mit der Bandlist passiert. Weil nach der EM wird ja sicherlich wieder dann eine neue Bandlist kommen. Es kann ja auch sein, dass das neue Format, das dann doch hergibt, dass man solche Decks auch wieder spielen kann. Das auf jeden Fall als Abschluss von meiner Themenwoche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und gefallen. Ich plane auch schon ein paar andere Sachen für die Zukunft. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht etwas Regelmäßiges mache, eine regelmäßige Reihe. Aber da verrate ich mir noch nichts. Und auf jeden Fall wollte ich noch einmal vor der EM hier Max analysiert das Meta machen. Das lade ich dann aber wieder dann parallel zur EM hoch. Also kann auch sein, dass ja dann alle von euch dort sind und das dann deswegen erst im Nachhinein schauen könnt. Das auf jeden Fall von mir soweit. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, dass man ein paar von euch morgen in Leipzig sieht während seinem Giant Card Turnier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.